Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Bang of Isaac Rebirth Beim letzten Mal haben wir mit The Losts eigentlich eine super Zeit gehabt Und ähm Ja Die ist natürlich wieder einmal kaputt gegangen Äh, heute Ich möchte dieses Herz haben, das regt mich auf Deswegen Oh man Äh, fangen wir mit dem Blue Baby Einen klitzekleinen Run an Äh Der The Lost Run Den hatte ich vorhin auch Danach habe ich eine kleine Pause gemacht, weil ich ein bisschen infuriated war Von der Tatsache Wah Dass, ähm Und Sachen wie Adversary passiert sind Die ja wirklich nicht cool sind Okay, wir haben Bot Bombs Okay, dann setzen wir mal eine Boom Plötzlich ist es ganz schön stickig hier So Aber Ich habe mich abreagiert Relativ Also Äh, ich habe was anderes aufgenommen Und Ähm Ja Ich wäre jetzt glaube ich bereit Äh, nochmal Ein paar Röntgen zu spielen Damit ich nämlich meine Säule erfüllt habe Ich habe dieses Wochenende nämlich ganz schön viel aufgenommen bisher Und Ähm Ja Ich glaube Wow Ich glaube Ja, das ist ganz gut Was ich gemacht habe bis jetzt Ist nur so blöd warm Ähm Mensch Bad Fucking trip Fucking Bullshit Ähm Bad trip ist natürlich Besonders für das Blue Baby Für Den Arsch Besonders fürs Blue Baby Famine Bam Bam Okay Boom Die Bad Bombs Sind Sehr Sehr Stark Wenn ich das mal so sagen darf Wir haben als Ball of Bandages bekommen Äh Und Ja Wir gehen auch sofort weiter Sind nun im Seller 2 Curse of the Blind Wir sehen nicht welches Item Uns beglückt Okay Ja So Perfekt Ähm Weiter geht's So Wie Erwischt Und Noch einen Schlüssel Das ist gut Ähm Hier Haben wir Mom's Wig Es geht Mom's Wig ist in Ordnung Boom Das hat weh getan Entschuldige dich bitte Dann haben wir hier noch Geld Und da noch Geld Und hier noch Geld Und da noch Geld Ich hoffe Die beiden Kisten Lohnen sich Sonst habe ich einen Fehler gemacht Maggies Faith Und eine Münze Das ist Hard So Ähm Okay So Wir haben Mom's Wig Dann Wir könnten demnächst Eventuell auch In den Shop So Hier wird erstmal Direkt Unterbunden Ungefähr So Und dann Gehen wir nochmal Ich glaube nicht Dass hier Der Secret Room ist Äh Das ist nämlich Zu Asozial Gesetzt Ähm Entweder Entweder ist er hier Ja Das ist ganz gut Weil wir dann haben Wir haben ja auch noch Das Geld Uh Viel Geld haben wir bekommen Wir könnten uns in den Shop Bomben Es macht nur Kein Sinn Uns in den Shop zu Bomben Deswegen Äh Jo Die Leiter Haben wir jetzt Äh Ich habe mich Jetzt dazu Entschieden Diese drei Münzen Freizubomben Um noch das Andere Item zu holen Ähm Weil Die Leiter Ist zwar Schön und gut Ja Die Treasure Map Ist geil Aber ich Wollte halt Was Draußen Haben Und Das hatten wir Einfach nicht Mit der Leiter Sorry Ich war alle Leiter Fans Da draußen Es tut mir leid Es ist nicht Das wahre Okay Pin Pin darf uns Beglücken Und Äh Jo Ja Los Und das war's Auch mit Pin Wir haben Lunch Äh Ja Lunch Ist halt auch So eine Sache Können wir uns Leider nichts Leisten Ich hoffe Eigentlich Dass wir Nachher Einen Holy Room Bekommen Weil Die sind halt Lukrativer Für das Blue Baby Da Er Sonst mit Wow Wir haben Ein Holy Ein White Heart Einfach Einfach So Ist das Maggie's Faith Okay Das ist Vielleicht auch Der Grund Ah Shit Ja Ich war Mich Gerade Hier Am Umpositionieren Sorry Ist das Vielleicht Der Grund Warum Wir Als wir Es das Letzte Mal Hatten Das Nix Gebracht Hat Weil Wir Es das Letzte Mal Vielleicht Mit Lost Hatten Das Kann Sein Oder Das Ist Kein Soul Heart Aber Tears Up Ist auch In Ordnung Das Ist Auch In Ordnung Denke Ich So Und Ja So Die Tatsache Dass Wir Dinner Bekommen Haben Ach Verdammt Die Zwei Sind So Ätzend Und Ich Kann Einfach Nichts Machen Damit Es Schneller Geht Ah Dammit Dann Krieg Ich Auch Nur Einen Hit Hin Oh Come On Cool Pup Achja Und Wir Sehen Schon Wieder Nix Bombs Are Key Fuck Okay Jetzt Hängen Wir Hier Schon Echt Auf Messers Scheiße Schneide Okay Nicht Gut Gar Nicht Gut Was Hauptsache Da Daran Liegt Dass Wir Nichts Haben Oh Mann So Da Kommen Gut 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 Cool So 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 Come nope das ist dauert mir viel zu lang viel zu aggressiv hierfür ja ich habe das wäre noch eine gute idee vielleicht eine runde anzufangen aber ich merke zehn nach zwei um morgens vielleicht doch nicht mehr so gut aber egal ist eigentlich was mir nicht egal ist es die tatsache dass es hier bis jetzt gar nicht gut läuft oh nein nein das läuft ganz und gar nicht gut ich will aber auch nicht restarten komm nochmal los noch versuchen wir das noch wer weiß vielleicht klappt es ja ich bin halt jetzt auch ich würde nicht sagen dass ich unbedingt super konzentriert bin der letzte run war schon bombe und davor auch mit der die long legs super voraussetzung nur die durchführung da dran hat es dann gehakt da dran hat es dann gehakt das war das was mir wirklich die gnadenstoß verpasst hat da habe ich mir gedacht heute ich mag nicht mehr das ist die der mystery sack der kann glaube ich alles haben wenn ich das richtig in erinnerung habe ja ist ja schön glaube ich glaube ich so so der da hinten könnten einen schlüssel in sich tragen was wäre ganz cool wenn er das tun würde weil wir haben keinen schlüssel und ein schlüssel ist besser als kein schlüssel hier hatte keinen schlüssel in sich das macht mich mäßig traurig und wir tragen ein mystery sack mit uns her ich würde sagen wir sehen unser leben nicht aber er hat keins ja ich hole jetzt noch wo du seit ich holst noch mehr da sei ein schlüssel Oh, fuck off Range down, das ist Das ist der erste Nagel In meiner linken Hand Ja, der erste Nagel, der mir Reingeschlagen wurde jetzt Nagel Nummer 1, wenn man es so will So, was haben wir hier Äh, ach, okay So Babababababababababab Ähm Hier unten, würde ich sagen, ist der Secret Room Ähm Ach, shit, wir haben, ja, okay, Temiset ist Äh, manchmal gut, manchmal nicht so gut Ähm, ist eigentlich erst wertvoll Wenn man was hat Oh Monstruz Äh, fuck Ja, Lockdown und alles Das ist wieder doof Ähm Persönliche Meinung Ich find's doof Ähm Was ein The Lost Run Rettet Ist, äh, sowas wie Ähm 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 Die Dead Cat Ähm Der Die, der rettet einen The Lost Run Weil Man hat plötzlich Leben Okay, das War knapp Ihr wisst es nicht Aber es war knapp Wow Egal, weiter Und ganz ehrlich Wenn ich schon jetzt sehe Ich hab noch keinen Devil Room bekommen Ja, das ist aber der erste Flur ist gewesen Bestenfalls hab ich nur Devil Rooms Und dann direkt im ersten Ein, ein Goathead oder so Ein Scheiß Oder, oder, äh Direkt ein Holy Room Und, oder Ich find irgendwie anders ein Goathead Und krieg dann plötzlich Holy Rooms Ähm Weil das, was ich finde Scheiß ist und ich nicht unbedingt brauche Weil Holy Rooms Haben viel mehr Sachen Die mir den Arsch retten könnten Ist so Ähm Die haben dann die Diese Diesen Schild Oder Überhaupt Ganz viel Crazy Shit Äh, äh Äh Scheiß Spinnen Ich hasse Spinnen Okay Haben wir Einen Schlüssel Zwei Bomben Lernen Mishap Lemon Mishap Wegen Mishapening Noob Okay Persönlich Noch ein Space per Item Mh Mh Okay Im ersten Hatte ich Äh Die Mystery Sec Und Äh Tami Set Hab ich woanders gefunden Trotzdem Ich hab doch schon Space Byte Dann Es fängt schon an Es fängt schon an Ähm Also der Run Also der Run ist Der ist noch neutral Dürfte er nicht mehr sein Äh Zu diesem Zeitpunkt Müsste irgendwas sein Wo ich mir sag Geil Das ist es Hab ich nicht Und das ist ein Nachteil Das ist ein Riesen 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 Nachteil So Okay Das hab ich Irgendwie überstanden Ähm Bin nämlich Wieder viel zu weit Reingelaufen Hier noch Eine Bombe Ähm Klar Okay Okay Ich hab viel Geld gefunden Und äh Geh in den Shop Das mach ich Vielleicht hat der ja was Was mir so ein bisschen Die Haut rettet Klitzekleines Item nur Okay Wir haben die Battery Das ist schon mal Ganz in Ordnung Würde ich sagen Und ähm Gehen weiter Vielleicht haben wir auch Im nächsten Flur noch was Ordentliches So Dann haben wir hier Lemon Party Und Io Wizard Scheiße Es ist ganz schlecht Wenn wir Io Wizard haben Ähm Io Wizard ist so eine Sache Wenn du das hast Äh Hast du einen Nachteil Besonders wenn du The Lost bist Weil ähm The Lost Da muss es schnell gehen Da muss ein Raum Fertig sein Da muss ein Raum Du fängst den an Und du musst sofort Bam 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 Zack Zack Boom Bang Da muss es auch sein Mit Io Wizard Ist es Umständlich Und umständlich Mit der Zeit Stirbt The Lost Umso mehr Zeit man braucht Umso eher stirbt The Lost Ähm Es ist gut Dass wir so einen Raum Bekommen haben Das Layout Und alles War eigentlich ganz gut Oh Danke Weil ähm Das hat jetzt Für uns im Prinzip Bedeutet Ähm Dass wir ohne Probleme Ähm Langsam aber sicher Uns diesen Scheiß von der Seele Hauen Und ja Haben wir gemacht Fertig Cool oder Okay Wir haben immer noch Nichts Nennenswertes Und sind beim zweiten Boss Ähm Das ist schade Dass da jetzt Gerade nichts getroffen hat Weil Tammy's Set ist unser Ist ein Major Damage Output Für uns Okay Ich muss die Spinne irgendwie Okay Die bin ich los geworden Dann muss ich jetzt Irgendwie das hier los werden Und das da Muss ich los werden Uh Shoot Und Wir haben Die Plazenta Sie bringt uns Scheiß Wir haben Gappi's Tale Und wir haben Rotten Baby Weiter geht's Ähm Gappi's Tale Ist in Ordnung Äh Die anderen Gappi Items Würde ich auch begrüßen Können wir ja Eventuell auch Bei Gappi's Tale Bedeutet Fuck Das bedeutet Äh Goldene Küsten Ne Ist ja gar nicht mal so gut Ähm Gut Dann vergisst was ich gesagt hab Äh Wir sind am Arsch Ne Aber trotzdem Äh Ich weiß grad nicht genau Was es bedeutet Hier haben wir unser Erstes Drinket Burned Penny Ist ein Ist ja Ist in Ordnung Denk ich Wow 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 Dude Chill Chill out for a minute Und smoke weed for an hour Okay So Gappi's Head Äh Tammy's Head Tammy's Head Und der Burned Penny Wow Hey Der Burned Penny Ist äh Seine Runden Am Ziehen Also Au Ja Ich wusste Dass er explodiert Deswegen hatte ich Schon ein bisschen Schiss Dass er so nah An mich Rankam Ähm So Ja Komm Machen wir mal auf Äh Kacke Eigentlich Nope Äh 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 Okay Wobei ich grad auch gedacht hab Irgendwie Der Knochen Nicht dass er nachher Durch die Wand glitscht Das wär's nämlich dann Nochmal gewesen Damit ich mich so richtig Beschissen fühle Ähm So Geschafft Okay Fünf Schlüssel Das geht in Ordnung Denk ich Shoot Die Greed Heads Mag ich nicht Immer noch nicht Das hatte ich nicht geändert Ein White Heart Liegt da oben Einfach mal rum Es bringt uns Es bringt uns Nur nix Es bringt uns Einfach Gar nichts Äh Wir haben noch nichts Gefunden In diesem Floor Wobei wir Wirklich Sau viele Münzen Haben Ich spende Mal eine Runde Man weiß nie Wann mein Leben Zu Ende ist Und das war's schon wieder Dann hat man schon Sau viel Und dann kriegt man Trotzdem Nur Scheißdreck Lockdown Tears up Lemon Party Behalt ich Lemon Party Ist gut So Dich hole ich mit Dich hole ich mit So Ähm Ich versuche nachher mal Hier ist der Secret Room Nicht Das ist schon mal Gut zu wissen So Okay Das ist auch interessant Mehr Bomben So Okay Dass er da oben rum geht Das gefällt mir gar nicht Ich bin nicht gern Eingekesselt Ähm Also lass das bitte sein Äh Danke Tears up Tears up sind gut Und mehr Geld Für moi Äh Der Remote Detonator Gibt mir nochmal Extra Bomben Boah Also an Bomben Mangelt es uns nicht Aber Brauchen wir nicht Wir haben Tammy Set Also schon wieder Ein Spacebar Item Hier ist der Secret Room Nicht Und Ähm Ja da versuche ich es mal Aber Eher von unten So dann schauen wir mal Perfekt So Oh cool Alles klar Ähm Ich kann auch nicht mehr Mein Tammy Set Irgendwo aufladen Dann gehen wir mit einem nur rein Aber wir haben noch Lamparty Das ist in Ordnung Also Polycephalos So Dann haben wir den nämlich Schnell erledigt Wir bekommen den Halo All Stats Up Und Ja Das war's Mehr bekommen wir nicht Schade eigentlich Und plötzlich sind wir schon In the Caves 2 Ähm Das läuft Eigentlich ja ganz gut So Und dann haben wir dich hier Und Hier in dem Raum müssen wir auf jeden Fall Aufpassen Hier geht viel vor sich Ja Hier geht viel vor sich Mehr kann man dazu nicht sagen Ähm Einfach Wir müssen immer aufpassen Von wo Die Geschosse kommen Aber irgendwann Ist auch der Raum am Ende Irgendwann Meine Lieben So Wir sehen nichts Das ist immer doof Weil dann weiß ich auch nie Wo es lang geht Aber anscheinend war das Eine Sackgasse Geil Ja Ah Kriegt man direkt Wieder das Kotzen Okay Und Zack Ah Das Rotten Baby Ist tatsächlich Eins Meiner Lieblingsbabys Ich bin ja nie So ein Baby Fan Aber das Das Rotten Baby Das geht gut ab Ähm Jetzt muss ich mal hier aufpassen Diese rote Spinne Die geht mir grad gut Auf den Piss Wow Dude Don't fuck with me Mate Ah Schau mal an Ein Ein Bombenzimmer Wenn ihr versteht Was ich meine Und ich glaube Das tut ihr So Oh shit Oh shit Oh shit Nein 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 Oh god Der Bombenpenny Wir müssen den los werden Okay Dann haben wir den schon mal weg Wow Ne der Bombenpenny Der muss weg Nein Ha Du Trickster Du Ähm Nope Die haben nur zwei Schlüsse Die brauche ich auf jeden Fall Für den Shop Und den Treasure Room Das war unser Dritter Schlüssel Aber trotzdem Das tut nichts zur Sache Oh Schande ey Dann haben wir hier Bud Bombs Das macht unsere 46 Bomben um einiges aggressiver Okay Oh baby Oh baby Ähm So Okay Okay 73 Münzen Das sind genug Das sind genug Glaube ich Aber wir brauchen trotzdem Shop erstmal Sonst bringt uns das alles nichts Und ich weiß ja nicht was ihr seht Aber ich sehe hier keinen Shop Bisher Das finde ich ein bisschen schade Ach stimmt Naja Was ist das hier unten Was ist hier unten Okay 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 Oh Den da oben Hab ich gar nicht getroffen Nope Nope Äh Wow Wow Okay Okay So langsam Muss ich mal aufpassen Was ich hier mache Okidok Okidok Was haben wir hier oben Lockdown Nicht so gut Ne Tut mir leid Ähm Wir kamen zwar weit Aber Der Raum Da kommen sie alle auf dich zu Und Das ist zu viel Und wir haben einfach nicht den Damage Output Wir haben einfach Ich wollte nur den Shop finden Nope Naja Aber trotzdem Danke fürs Zuschauen Mein Name ist der Wegmann Wir sehen uns beim nächsten Video Wenn es heißt Let's play bank of Isaac Rebirth Und hoffe ich beim nächsten Mal Noch mal Ticken erfolgreicher Wobei es in letzter Zeit Bei The Losts Ich glaube so langsam Übung macht den Meister Bis dahin Ciao